Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat November an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Der November 2023 bringt eine Welle von Leidenschaft, Inspiration und Romantik in dein Leben, Krebs. Es ist ein Monat voller Gelegenheiten, die Freuden zu genießen, die das Leben zu bieten hat, also ergreife den Moment und genieße die Freuden, die sich dir bieten. Wenn du dich im Spaß verlierst und mit deiner Aufgabenliste ins Hintertreffen gerätst, keine Sorge, denn deine Produktivität wird gegen Ende des Monats einen Schub bekommen, so dass du die Energie hast, deine Aufgaben aufzuholen. Der Monat beginnt mit einer lebhaften Energie, wenn die Sonne, der gesprächige Merkur und der leidenschaftliche Mars in deinem Liebessektor aufeinandertreffen. Diese Konstellation bereitet die Bühne für flirtende Abenteuer und die romantische Essenz der Verliebtheitssaison. Da der Liebesplanet Venus bis zum 8. November in deinem kommunikationsorientierten dritten Haus steht, ist die erste Woche des Monats die perfekte Zeit, um romantische Beziehungen aufzubauen und spielerische, kokette Gespräche zu führen. Gehe also raus und amüsiere dich bei aufregenden Gesprächen mit denen, die dein Interesse wecken. Am 13. November kommt der Neumond im Skorpion und bringt eine neue Welle kreativer Inspiration und romantischen Potenzials in dein Leben. Du könntest den Drang verspüren, ein neues leidenschaftliches Projekt in Angriff zu nehmen oder die Möglichkeiten einer aufkeimenden Romanze zu erkunden. Mach dich jedoch auf einige Wendungen und Überraschungen gefasst, denn dieser Neumond bildet eine Mondopposition zum unberechenbaren Uranus. Dieser Aspekt bringt ein gewisses Chaos mit sich, deshalb solltest du dir Zeit nehmen und über deine Absichten nachdenken. Gönne dir den Freiraum, um alle unerwarteten Probleme zu lösen, die in den nächsten Tagen auftreten könnten. Im weiteren Verlauf des Monats läutet der Mars am 18. November eine günstigere Zeit ein, um deine Pläne in die Tat umzusetzen. Anders als zu Beginn des Monats, als du vielleicht auf unerwartete Umstände reagiert hast, kannst du jetzt mit Zuversicht und Klarheit agieren, was ein idealer Zeitpunkt ist, um deine kreativen und romantischen Bestrebungen voranzutreiben. Die Intensität dieser leidenschaftlichen und emotionalen Erlebnisse könnte dich ein wenig überwältigen, aber die Erleichterung kommt, wenn am 22. November die Schützesaison beginnt. In dieser Zeit treffen die Sonne und der Mars mit dem mentalen Planeten Merkur in deinem routinierten sechsten Haus zusammen. Diese Konstellation ist deine Eintrittskarte, um dein Leben in Ordnung zu bringen. Krebs Es ist eine großartige Zeit, um deine Aufgabenliste abzuarbeiten, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren und deine Produktivität zu steigern. Die produktive Phase fängt gerade erst an, also nutze diese Energie, um in deinem Alltag erhebliche Fortschritte zu machen. Aber vergiss nicht, dass Pausen genauso wichtig sind wie harte Arbeit. Am 27. November bietet dir der Vollmond in Zwillinge die Möglichkeit, dich in die Sicherheit deines Krebsbaus zurückzuziehen und dich in deinen Tagträumen zu verlieren. Dieses Mondereignis ist perfekt, um deine Batterien wieder aufzuladen, damit du am nächsten Tag mit neuem Elan in deinen Alltag zurückkehren kannst. Nutze diese Zeit für Selbstfürsorge, Entspannung und die Pflege deines emotionalen Wohlbefindens. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der November 2023 dir eine wunderbare Mischung aus Leidenschaft, Romantik und Produktivität bietet. Im ersten Teil des Monats geht es darum, die Aufregung über neue Beziehungen und kreative Unternehmungen auszukosten. Während du auf dem Weg dorthin auf einige unerwartete Wendungen stoßen könntest, bietet dir die zweite Hälfte des Monats die Gelegenheit, Ordnung in dein Leben zu bringen und deine Aufgaben zu erfüllen. Denke daran, deine harte Arbeit mit Momenten der Entspannung und Selbstfürsorge auszugleichen. Im Laufe des Monats wirst du dich in einem besser organisierten, ausgeglichenen und inspirierten Zustand befinden und bereit sein, die Freuden und Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Mond steht für Intuition, Gefühle und das Unterbewusstsein. Er zeigt oft an, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, und dass verborgene Einflüsse oder Geheimnisse im Spiel sein können. Für heute empfiehlt der Mond, dass du deinem Instinkt vertrauen und auf deine Gefühle achten solltest. Es ist ein Tag der Selbstreflexion und der Erforschung deiner tieferen Gefühle und Sehnsüchte. Sei vorsichtig und achte auf versteckte Faktoren oder Illusionen, die deine Entscheidungen beeinflussen könnten. Der König der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, der Logik und der klaren Kommunikation. Diese Karte steht für eine Person, die sehr analytisch und rational ist und weise und unparteiische Entscheidungen treffen kann. Für den heutigen Tag empfiehlt der König der Schwerter, dass du Situationen mit einem klaren und logischen Verstand angehen solltest. Nutze deinen Intellekt und dein scharfes Denken, um alle Herausforderungen und Entscheidungen, die auf dich zukommen, zu analysieren. Diese Karte ermutigt dich, fair und objektiv zu sein. Die Königin der Stäbe verkörpert Kreativität, Leidenschaft und Entschlossenheit. Sie ist eine charismatische und energiegeladene Person, die ihre Ziele mit Begeisterung verfolgt. Heute steht die Königin der Stäbe dafür, dass du deine kreative und leidenschaftliche Seite ausleben musst. Vertraue auf deine Instinkte und verfolge deine Ziele mit Eifer und Zuversicht. Heute ist ein Tag, an dem du mutig und selbstbewusst handeln solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf ein Gleichgewicht von Gefühlen, Intellekt und Leidenschaft hin. Der Mond fordert dich auf, auf deine Intuition und deine inneren Gefühle zu hören, während der König der Schwerter dich ermutigt, die Dinge mit einer rationalen und analytischen Denkweise anzugehen. Die Königin der Stäbe fordert dich auf, Intuition und Logik mit deinem feurigen und kreativen Geist zu verbinden, um gut informierte und leidenschaftliche Entscheidungen zu treffen. Vertraue heute auf deine innere Führung, analysiere Situationenweise und nutze deinen Enthusiasmus, um Herausforderungen anzunehmen und das Beste aus deinem Tag zu machen. Vertraue heute auf deine innere Führung.